Für den einen oder anderen Runden vielleicht etwas ungewöhnlich, aber musikalisch auf allerletzendem Niveau, verabschieden sich die kleinen Musikerinnen und Musiker des Mordenservolle-Percussion-Ensembles nun von Ihnen. Die Musikgruppe aus Düsseldorf, die sich 1982 aus der deutschen Punkbewegung entwickelt hat und bis heute unzählige Erfolge feiern kann, ist Ihnen sicher bekannt. Viel Vergnügen mit altes Fieber von den roten Hosen, uns allen besser bekannt als die toten Hosen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Aplausos 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 Aplausos